Preisfrage, was fängt mit C an und hat nichts mit Corona zu tun? Na, wobei ein bisschen hat es mit Corona zu tun. Es geht nämlich ums, na, Camping. Und dafür habe ich mir diesen Crafter rausgelassen, und zwar den Grand California. Oder, wie spricht man California richtig aus? Arnie, weißt du das? California, 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 California. Grand California, bleib dran. Die Grand California, 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 California. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017